Ich schau mal wieder um die Hühne da rechts. Einmal über zwei drüber. Ja, nein, 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 nein. Das ist wieder drüben. Wie genau? Korrieren hat sich mit Zeit, das sollte nicht funktionieren. Genau. Richtig da in der Stirn drauf. Hier ist doch. Wenn ich dann rechts in die Hühne weiter rüber, das macht immer Stoppfleisch. Beide diese Rutschposition, können wir ihn nicht nach der Frau lassen. Nämlich über die Hühne. Genau so lassen wir es. Okay, wenn ich jetzt lag, dann müsste es sein Weg, den Rutsch da runter, den Rutsch da drüben. Okay? Soll ich reichen uns? Schon bald. Rutsch da drüben, dann rutsch runter. Okay. Ungefähr so.